Der hüpft, der hüpft, der hüpft! Warte mal, ich mach mal hier! Die Fasnachtsgesellschaft Fränkische Kanalflotte! Sind sozusagen die Kanalschipper, ne? Ein Schell, der schlechtes dabei denkt. Es ist einer der jungen Vereine 1999 gegründet. Hat aber schon 100 Mitglieder. Die Vorstandschaft ist der Fregattenadmiralin, Lisa Weggert. Wo ist die Lisa? Die ist weiter hinten. Und der Kapitän, das ist eine Kapitänin, Angelika Hochmann. Ein Geschenk für alle Ewigkeit. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oh, am Himmelszelt. Dann schenk ich dir heut' Nacht. Eine Stern. Hier vorne haben wir ein Badewannenschiff. Badewannenschiff. Und das große Schiff kommt dann da hinten. Wir sind immer noch bei der Fränkischen Kanalflotte. Badewannenschiff. Badewannenschiff. Stimmt das? Ja? Die Lisa ist da drin. Die Lisa ist da drin. Aber ob die Reihe beim Eivring geht's. Ein Stern, der deinen Namen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017